Wie ist es mit Masken zu kosten? Ich finde, die Maske stinkt. Das ist jetzt aber nicht euch heran. Was ist los? Das stinkt. Ja, ich denke, man gewöhnt sich daran. Also, da auf dem Land, denke ich, wäre es weniger nötig als in den Städten. Ja, Sie können schon lachen. Weil dort hat es einfach viel mehr Leute auf einem Haufen, oder? Sie haben keine Ahnung in der Stadt. Trissou träumt von seiner Paraderolle und sieht sich als Würstchen im Hotdog. Äh, okay. Mein Kaffee. Wenn ich das schon einmal schlagen hätte, dann würde ich mein Bett sagen. Au, au, au. You can act like a man! What's about you? Wenn ich das einmal Gelegenheit habe, zwei Frauen im Bett zu haben, dann könnte ich mir ja helfen, zu entscheiden. Ja. Ja und nein. Äh, das hättest du gerne, oder? Nein, das habe ich noch nie gehabt, weil ich auch nie mehr habe, zwei Frauen im Bett. Also, mutig bist du, das muss man dir ja lassen. I'm kind of a big deal. Ja. Aber die Gelegenheit hat man auch noch einmal. So ist es. Hoffentlich. So, kommt raus, anlegen. Oni va. Okay, sieh. Uuuhh. Uuuuhh. Uuuuhh. Emi hat da ganz andere Probleme. Weil ich mittlerweile schon so oft mein Nippel aus meinen Sachen verloren habe. Mein Nippel aus meinen Sachen verloren habe. Es den Spitz ist halt so. Du bist so weit. Du trinkst. Du trinkst. Weisst du das? Du trinkst. Du trinkst. Du trinkst. Du trinkst. Du trinkst. Du trinkst. Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen erleichtert. Das ist jetzt einfach, was ich da sagen kann. Ja, das ist einfach eine weise. Ich finde es zu match. Es muss echt nicht sein. Kann man so viel schlechten Humor noch toppen? Ich bin charakterlich stark, superpünktlich und sehr humorvoll. Also ich habe immer einen Witz auf der Latte. Okay, Böhmer. Kommt Hessen zum Beispiel zum Bäcker und fahrt Hallo Kuchen, ne? Da sagt der Bäcker, ich habe Kuchen, den hat Kaiser Wilhelm schon gegessen. Und Hessen, die geht schon angebissen. Bitte! Versuchen Sie nie wieder Witze zu heissen. Das sind normale Menschen, wie wir auch. Normal ist ja da nicht, oder? Aber es gibt es immer wieder. Es sind halt auch nur Menschen. Und es ist sehr unterhaltend, ein bisschen zuzuhören und so, ne? Also, ja, wohl so eine fremde Welt. Ja, das kalt mir noch. Ich habe das Gefühl, Ihnen gefällt es, oder? Natürlich! Ja, super, oder? Und nun bleibt noch Zeit für die Überviertelsturm, 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 überviertelsturm. HALT DIE KLAPPER!